Guten Morgen! Leib er himmlischer Volle am Nome Jesu, meine Dien, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich bete, dass in Helia jetzt uns redet, während wir den Wut lesen. Amen. Kapitel 22 Sachte Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. In der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitet. So, der dreht hier von, der Hochzeitsmahl von Jesus in ihrem Ende. Es zeigt, viele wurden zur Hochzeit eingeladen. So, wie weit er, der Jesus der Welt sendet, trug. Er hat vor allem das betont, ob er nur die rechte Vergebung werde im Glaube annimmt. Also, viele wurden eingeladen. Jeder hat die Chance. Aber wir gehen wie du nicht an. Das Zeug, als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seinen Diener, um die Gäste abzuholen. Aber keiner wollte kommen. Er ließ sie durch andere Diener nochmals betten. Es ist alles fertig. Die 18 Maßkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen, kommt. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun. Der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreifig, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Ich frage mich, wer das mit uns steht. Gott lohnt uns zum Hochzeitsmahl des Lammes ein. Auf welchen viele von uns gleichgültig sind. Hier sagt er, die geladenen Gästen wurde gleichgültig. Und sie gingen wieder ihre Arbeit nach. Er entwiedert und tötet. Der Wiederte konzentriert auf er ihr geschafft. Manche waren sogar hündchen, handgreifig. Ich glaube, wir machen uns prüfen. Wir sind in der letzten Zeit. Das Hochzeitsmahl, von was man hier redet, das wird beilig sein. Einige Leute, sind wir alle. Aber wenn wir auf die Einladung, auf die auf die Einladung wärtlich, entfallen zu finden. Oder auf die dort missachten. Ich glaube, all die, was die einladen, Gott ist missachten. Die waren doch nicht zusammen. Die waren nur, Herr Teller, das waren die Olauwelle dann an. Aber dann wurde die einladen. Und ich glaube, das steht in der Bibel, dass wir uns prüfen. So wie vielleicht wir beschäftigen mit der Welt, dass wir dort gleich einladen waren, wo ein Gott sich nicht einladen erscheint. zu dieser Einladung. Herr, ich bete, ich mache ein Wort weg, ein abnehmbar, dass wenn du dir ansrätst, dass es dein Wort, dass es deine Leine, dass wir verstehen, und dass wir eine positive, öbne Antwort hatten, zu jedem Moment, im Namen Jesu. Amen. Egyvensteinscheindach.